Weißt du? Ich hab mit Rücken Apfel! Das war so geil schön, oder so? Oder freut sich der Dirk, wenn ich dir das zeige? Alter, komm, ey! Ich würde, du musst die Regeln genauer definieren. Ich glaub, ich hab verloren! Ja, alle raus! Ich kann nicht aufhören! Mach mal schon! Alle ziehen dann! Das ist so geil!